Hallo, ihr Büxer draußen und willkommen zu einer nächsten Runde, zu einer neuen Runde, zu einer blablabla Runde Survival Games. Ich weiß nicht, was das für eine scheiß Begrüßung war, einfach weil ich jetzt die 80. Runde aufnehme, weil ich vorproduzieren muss. Und ich bin immer noch in Runde 1, wie ich eigentlich, also im ersten Video, was ich vorproduziere, weil ich ewig verkacke. Das ist so Wahnsinn. Ey, und dann Teams, Targeter, ich krass dir aus. Das macht echt teilweise keinen Spaß. Naja, ohne Facecam, wie gesagt, wegen vorproduziert Stress und so macht mir das einfach weniger Arbeit. Und wenn ich nur Facecam machen müsste, dann würde ich einfach überhaupt nicht mehr fertig werden. Aber ich hoffe, das stört euch einfach mal nicht. Würde mich natürlich trotzdem über einen Like freuen, weil es da ja immer noch Arbeit hinter. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir diese Runde etwas erfolgreicher spielen werden, als die letzten Jansen-Runden. Wo uns irgendwelche Spackos, die irgendwie ein bisschen Bock haben, verfolgt haben, die mit 8 Mann ein Team gemacht haben, gefühlt. Und naja, das ist einfach, es ist einfach teilweise nicht schön. Gerade wenn man da vorproduzieren möchte, dann kommen irgendwelche Lauchbieren an meinen, ja, ich kann es nicht besser und spiele dann mit meinen Freunden, mit meinen ganzen Freunden. Denn 12 Mann. Ja, naja gut, ich beschwere mich darüber einfach gar nicht. Ich spiele einfach mal eine nächste Runde und hoffe, dass die besser wird. Und dann hoffe ich einfach, dass die besser wird. Dann muss das einfach so sein. Naja, ich will ja nicht sagen, dass ich ein Team mache, aber es ist halt schon ziemlich nervig, wenn man vorproduziert. Und ewig irgendwelche Spackos ankommen. Naja gut. Aber Rüstung ist offenbar schon mal sehr geil, die wir haben. Sehr, sehr geil. Da unten ist wer. Der kommt hier gleich hoch. Oh ne, ne? Ja, was hast du jetzt davon? Habe ich gesagt, dass ich dich jetzt zerficken werde? So, Bad Boy, ne? What you gonna do? What you gonna do? When they come for you? Ich habe nicht aufgepasst. Wer folgt mir noch? Aber den töten wir gleich noch. Ich habe ihn nur plötzlich runterfallen sehen. Diesen Roten Blitz. Aber. Mehr war dann schon nicht mehr. Erstmal noch was leckeres hier. So, bisschen den aufholen lassen. Bisschen Fallschaden schlucken die. GG. GG, so. Naja gut. War jetzt nicht so schwer, aber YOLO. Hatte noch ein... Klar, nehmen wir das Schwert. Das hält einfach länger. Gut, hatte den Kompass. Hatte er nicht. Keinen schönen Trager. Trager mega. Aber. Dann holen wir uns das... Irgendwo müssen hier doch noch Item sein. Das ist da oben der nächste. Heinz, Georg. Naja egal, den holen wir uns nicht. Weil der ist zu weit weg. Weil er jetzt ja nach da hinten läuft. Alter, warum sind hier so wenig Truhen? Hier waren einmal vier Truhen oder so. Oder war das nicht auf dem... Ich weiß es nicht. Oh Gott. So, ich dachte ich fall runter. Ähm. Ach, kann man damit nicht... So, jetzt aber. Jetzt haben wir einen Tracker. Wir haben aber immer noch kein besseres Schwert. Das ist ein bisschen doof, ne? Okay. Äh. So. 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 Naja, die Rüstung. Sie sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Sie sieht geil aus. Ob sie geil ist? Das wird sich in der Runde zeigen. Und wo ist der nächste Gegner? Oh, noch mega weit weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bloody Beach hat geschrieben. Und irgendjemand, der mich in Skype ändern möchte. Wenn schon jemand 100 Abos in seinem Namen hat, werde ich ihn definitiv nicht annehmen. Das heißt, es ist ein YouTuber, der mich auf meinen privaten Account ändern möchte. Weil hinter meinem privaten Account steht. Privat. Warum sollte ich dich dann annehmen, mein Freund? Nip. Irgendwo müssen hier doch noch ein bisschen steinschwerter sein. Nein, na, dann ist das alles ein bisschen besser. Ey, das gibt's doch gar nicht. Warum? Wir haben kein Steinschwert. Scheitert gerade am Schwert. So ein gammeliges Holzkack-Ding. Naja, gut. Gameplay Let's. Äh, LPs. Ach, scheiße, ich kann nicht mal lesen. Ich kann nicht mal lesen. Ich hoffe, dass die Runde... Ich hoffe einfach, dass die Runde jetzt mal gut wird, ey. Ich will nicht noch mehr aufnehmen müssen. Dann falle ich immer in die Nerven, glaube ich. Und dann ist der Kommentierstil, der wahrscheinlich jetzt eh schon beschissen ist. Weil sie, wie gesagt, nicht die erste Runde ist. Der Kommentierstil ist wahrscheinlich noch bescheidener. Aber naja, Julu. Was willst du machen? Jetzt hängt sich mein Minecraft auf. Kuh, 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 kuh. Na. So. Hier ist eine Tour. Ja. Ja. Endlich. Weißt du, was wir machen? Wir gucken jetzt, wo ist denn der Gag hin? So, 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 so. Ja, okay. Und jetzt gehen wir eskalieren, meine Freunde. Jetzt zeige ich euch, wie man eskaliert. How to escalate in Minecraft. So, und jetzt dahin ist der Gegner irgendwo. Der anscheinend in die andere Richtung läuft. Jetzt läuft er immer noch in die andere Richtung. Läuft er vor mir weg? Die Entfernung bleibt ja immer gleich. Jetzt scheint er so stehen geblieben zu sein. Jetzt jückte meine Nase wie sonst was. Oh, gut gerüstet ist der, Kollege. Den müssen wir klatschen, weil dann könnte die Runde wirklich nice werden. Ist er da unten? Lol. Ne, der ist nicht da unten. Ich raste aus, Alter. Oh, das ist doch bitte nicht euer Ernst, ey. Ich habe kein... Ach, naja, egal. Ich greife jetzt einfach an. Ich denke mir nur so Jülü. Und klatsch die Fickköppe. Und sie skypen, und sie skypen, und sie skypen, und sie skypen, weil sonst hätten sie nicht so schnell gescheckt. Ja. Nein. Nein. Das... Nein, das ist nicht... Na... Okay. Es wird immens peinlich, meine Freunde. Aber jetzt hänge ich sie gleich erstmal ganz nice ab. Bum, bumm. Bum, bumm. Haha. Kleine Spastis. Regen mich die auf, Alter. Jetzt wartet er gleich auf seinen Vater. Ey, ich hasse es. Wie kann man denn so schlecht sein? Dreier-Team. Nein. Ja, er wartet jetzt echt auf sein Team. So. Das... Wie? Danke bei dir. Ah, cool. So. Also einer hilft jetzt. Jetzt laufen die anscheinend nach. Ist der jetzt wirklich unterwegs zu sein? Nice. Ich möchte jetzt noch... Ah, nee. Ist in drei Sekunden bis zum Deathmatch. Ich hab keine Steaks. Schade. Ach, scheiße. Jetzt hab ich noch meine Schwert... Meine... Ach, Mist. Mein goldenen Apfel hab ich jetzt weggefuttert. Mist, Mist, Mist. Das hätte nicht sein müssen. Egal. Ich warte jetzt einfach mal ab ein bisschen. Jetzt komme ich von hinten, meine Freunde. Nice. Okay. Egal. YOLO. Wir haben auch einen Pfeil. Schlecht geschossen. Ach. Ach, nur auch ich und der leben. Oha. Gut erwischt. Gut haben wir ihn erwischt. Okay, das ist so einer, der angeln möchte, aber es nicht kann. Gut, okay. Den... Kampf haben wir im Sack. Den Kampf haben wir. TGG. No. X. Rack. Ich auch, Digga. Okay. YOLO. Man gewinnt eine Runde und taggt. Man verliert eine Runde durch Teams. So ist das also in der neuen Minecraft Community. Das finde ich ein bisschen beschissen, aber... Naja, YOLO. Ich habe endlich meine erste Aufnahme im Koffer. Und... Naja, gut. Ist mir jetzt egal, ob ich da als Hacker bezeichnen würde. Ich werde da auch nicht nachgehen. Ich habe es aufgenommen, dass ich nicht gehackt habe. Und dann war es das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.